Zwischen Hochquinn über Benelux und Tieflorentine über Nordosteuropa kommt am Wochenende recht feuchte Luft von der Nordsee nach Deutschland. Kalt ist es schon in Skandinavien geworden und es schneit dort auch schon gebietsweise. Temperaturen über 25 Grad erwartet die Urlauber noch auf der eberischen Halbinsel und am östlichen Mittelmeer. Am Freitagnachmittag halten sich in der Mitte viele Wolken und es fällt gebietsweise etwas Regen. Im Norden lockert sich die Wolkendecke wieder auf und es gibt dort noch vereinzelt Schauer. Im Süden hält sich gebietsweise zäher Nebel, sonst scheint dort häufig die Sonne. An der Küste und im Nordosten weht ein frischer bis starker Nordwestwind. Am Samstag halten sich im Süden gebietsweise zähe Nebel oder Hochnebelfelder. Sonst wechseln sich Sonnenschein und dichtere Wolkenfelder ab und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 16 Grad. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Nordosten frisch bis stark aus Nordwest bis Nord. Am Sonntag ist es im Südwesten teils nebdig trüb, teils freundlich und trocken. Im Nordosten wechseln sich Sonne und Wolken ab und es gibt nur vereinzelt Schauer. Von Niedersachsen bis nach Nordhessen, nach Sachsen und nach Oberfranken ist es dagegen stärker bewölkt und es kann auch mal etwas regnen. 10 bis 15 Grad werden erreicht. Mehr Informationen zum Wetter finden Sie unter www.wetterkontor.de oder bei Facebook und Twitter unter Wetterkontor. Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wetterkontor.